Ja, war schon, haben wir eine Party im Novelis und heute geht's gleich weiter, wie hat's gehört heute? Mit der Halloween-Party? Auch im Novelis. Gehen wir hin, oder? Ja, natürlich gehen wir hin. Hast du auch schon ein Kostüm? Nein, ich brauche keine. Und warum nicht? Und du, wo alt? Was hat da denn jetzt? Also, ich bin frei, dass ich da hingehen darf, weil ich habe mir extra ein Kostüm gekauft und... Bis zum nächsten Mal.